Hallo Freunde, heute haben wir das Thema Taddoos. Grundsätzlich darf man Tätowierungen natürlich tragen. Grundsatz ist, dass Tätowierungen nicht gegen das Grundgesetz verstoßen dürfen. Extremistische, sexistische oder gewaltverherrlichende Hintergründe sollen in Tätowierungen nicht dargestellt werden. Sichtbare, zulässige Tätowierungen können beim Sport oder während des allgemeintäglichen Dienstes beziehungsweise auch außerhalb der Kaserne, wenn sie zivil unterwegs sind, alles nochmal getragen werden, ohne dass sie die abdecken müssen. Tattoos werden dann bei Veranstaltungen mit Außenwirkung einfach abgedeckt und dann stellt das auch kein weiteres Problem dar. Hier ist mein EKG Blitz. Ich zeig euch mal meinen Namen. Da hab ich bei einer OP gefragt, ob man den fotografieren kann und mir dann aushändigen kann. Also es ist tatsächlich meiner. In der Bundeswehr selbst, finde ich, sollten die Tattoos etwas verdeckt sein. Wo man sich stechen lässt, bleibt ja jedem selbst überlassen. Es ist selten. Das ist mein Lebenslauf, der auf meinem Arm tätowiert ist. Ich bin jung und jung gewesen. Selavi, zu tief gestoppen. Bleistift steht für Legasmi, weil ich eine Lese-Rechtschrift schwächer habe. Dann habe ich den Namen meiner verstorbenen Mutter im Innenarm. Der Tanzschuh steht fürs Tanzen. Der Name hat immer auf den Knochen geschlagen. Und das ist echt nicht schön. Und ich habe fest vor, in mein Test anhand zu schreiben, dass irgendwann jemand mein Todesdatum auf meiner Arm tätowieren muss. Also auch wenn ich gestorben bin natürlich. Da habt ihr gerade die Tätowierungen gesehen, was sie dazu sagen, was sie denken. Unten seht ihr auf jeden Fall die Social Media Kanäle. Immer dranbleiben, immer abchecken, ob es Instagram oder Facebook ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.